Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Solche Boote sind einfach zu groß, um vom Bautatlenkran am Schiffshebelwerk in Scharnebeck ausgekramt zu werden. Sie brauchen schon das Format der Windö 50SL mit ihrer Last von 6 Tonnen und der Länge von 10,70 Meter. Sie hat eine Breite von 3,10 Meter und einen Tiefgang von 1,60 Meter. Hier haben viele Menschen schon beim Auskragen geholfen. Das ist wahre Segelkameradschaft. Denn hier wurde wirklich auf alle Feinheiten geachtet. Und hier wurde wirklich auf alle Feinheiten geholfen. So, hier ist es gut. So, hier ist es gut. So, hier ist es gut. Einige eigene Eindrücke der Windel 50 SL nach einem halben Jahr im Wasser. Doch leider passt der Holzkeil nicht mehr richtig unter das Boot. Und da war Sägen nötig. Da musste Spartakus wirklich alle Kräfte geben. Doch leider ist eine Metallsäge für nasses Holz völlig falsch. Dann wurde erstmal ein Fuchsschwanz gekauft, damit das Holzteil richtig eingepasst werden kann. Nach der Sicherung für den Trailer und das Boot geht es ab. Zum Winterlager, zur Kernsanierung.